Servus YouTube und Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Call of Duty Modern Warfare 2 dem Reboot. Nächste Mission stand Gewalt und Timing. Gehen wir rein. Hey, alter Mann! Farrar, danke für die Hilfe. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Und einen Freund in Not. Bereit? Alles bereit. Wir sehen uns auf der Straße. Alle Stationen. Wir sind unterwegs. Bestätigt. Verstanden. Nick, grünes Licht. Achtung, es geht los. Punkt, check. Empfange. Check. Wartung deutlich. Der Al-Qatala-Konvoi hat uns passiert. Wir hängen uns an ihre Fersen. Bestätigt. Nick, nutze die Schlucht als Deckung. Wir haben nur eine Chance, Laswell zu retten. Roger. In welchem Fahrzeug ist sie? Al-Qatala hat sie in einem schwarzen SUV im vorderen Teil des Konvois. Zuerst greifen wir die Begleitfahrzeuge an. Dann sichern sie Laswell, bevor AQ die Grenze erreicht. Achtet auf eure Ziele. Auf der Straße sind auch Zivilisten. Kerten. Wir sind in Reichweite. Alle Einheiten. Feuer frei. Jetzt wissen sie Bescheid. Sie sind am Boden. Weiter vorrücken. Gründlich. Die Jutta hat Bäume. Zwei AQ-Trags voraus. AQ-Trags voraus. Absicht, Kontakt. Wer ist vom Molotov? Ich hab alle vermisst. Der Wasser ist getankt. Ich habe sie ausgeschaltet. Wo die Kissen, Sarkin? Oh, shit. Der Wasser ist getankt. Der Wasser ist getankt. Der Wasser ist getankt. Was ist das? Der Scheiße. Vorrücken. Pass mein Krieg ab auf. Der Sündete an Bord. Verschöffe uns etwas Freiraumfahrer. Genau wie früher, Kaptain. Was zum Teufel? Der AQ-Trags voraus. Nächstes Vakuum ist hier zum Treib. Die Pisser sind gepanzert. Leute, gegen Wasser, oder? Nichts zu Schuss! Hey, Leute! Wir sind getroffen! Danke! Scheiße, 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 Scheiße! Wir sind ziemlich beschäftigt, Käpt'n! Hör gar nicht mehr! Du musst dich losschneiden! Ich bin frei! Zurück in den Kampf, Sargent! Der Konvoi hängt uns ab! Wir müssen uns beeilen! Alle Einheiten! Ich habe ein Fahrzeug. Der Akkukonvoi ist noch in Sicht. Verstanden, Gats! Dünne weiter die Herde aus und dringst du Lasswur vor! Ich schicke mehr Soldaten, Sergeant! Verstanden! Was ist deine Position? Wir holen auf! Sechs Ende! Ha! 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 Du hast dich einem Grün entlastet! Das sind Fahrers und Sargent! Ja! Ich sehe sie! Oh! Verdammt! Fahrers Freunde wurden gerade getroffen! Wir sind zum Kämpfen hier, Sargent! Konzentrier dich auf den Zeit und finde Lasswur! Oh! Oh mein Gott! Ich bin aus der Seite rausgekommen! Scheiße! Du näherst dich einem Grün entlastet! Das sind Fahrers Soldaten! Ja! Ich sehe sie! Oh! Ich sehe sie! Verdammt! Fahrers Freunde wurden gerade getroffen! Oh! Wir müssen kämpfen, hier, Sargent! Konzentrier dich auf den Feind und finde Lasswur! Oh! 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 Boah, das ist knapp, Junge. Nick, was siehst du? LMG-Foto! Keine Schnitte, Digga. Keine Schnitte. Oh, verdammt! Fahrerfreunde wurden gerade getroffen. Wir sind zum Kämpfen hier, Sergeant. Konzentrier dich auf den Feind und Siege nachwählen. Ha! Nick, was siehst du? LMG-Foto! Was? Hä? Was siehst du? LMG-Foto! Digga, da stand nur einer hinter dem. Gott, die will jetzt so machen. Boah! Okay! Aaaaaah! Ist das lächerlich? Aaaaaah! Merakulasse! Ah, du! Wer hat Benzin geladen? Nechste Idee! Aaaaaah! Und das ist schlimmer! Eee! Pfeifen-Foto! Pfeifen-Foto! Dusstech-Foto! Verstanden. Bleib an ihnen dran. Wir kommen zu dir. Yes, Nick. Meine Speer melden eine Akku-Straßensperre voraus. Bestätigt. Ich sehe sie. Du wirst sie rammen müssen. Durchbrechen. Töten so viele wie möglich. Machen wir ihnen Angst. Bitte nicht, Jungs. Nick, ich bin durch. Verstanden, Sanktchen. Achtung, auf der Strasse. Das Spiel ist los. Was zur Hölle ist das? Akku setzt Minen auf der Strasse ein. Das sind Zivilisten, Nick. Dafür wird Akku brennen. Ich bringe Streichhölter mit. Minen von los, Sergeant. Alter, das kommt wieder. Wo kommen die Minen her? Zu einem Krat vor dir. Vorsicht! Gott! Akku trifft Zivilisten! Wir müssen diesen Truck ausschalten! Er, sich dem lasse mit den Minen! Bestätigt! Minenprobleme ist gelöst! Er! 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 Alle Einheiten! Was ist euer Status? Nicht schießen, Sergeant! Ich bin im Truck hinter dir und dabei zu überholen! Bin gerade an der Straßensperre vorbei! Gers! Captain! Alcatala hat Verstärkung! Du brauchst mehr Feuerkraft! Hüpf rein, Sergeant! Los geht's! Schön, dich allwieder zu sehen! Nimm den Granatwerfer! Granatwerfer, Granatwerfer! Ah! Einfach so drüben! Schweres Kaliber, Captain! Was jetzt? Wir kommen less well näher! Also ändern Sie Ihre Taktik! Inwiefern? Wir haben Sie gejagt! Jetzt jagen Sie uns! Sollen Sie nur! Sollen Sie es versuchen! Da hinten! Das ist Farah! Wir sind komplett! Bringen wir es zu Ende! Das werden wir verhindern! Komm! Parah! Aufpassen! Gers! Greif sie mit dem Werfer an! Verstanden! Bin dran! Direkter Treffer! Guter Schatz! Guter Schatz! Guter Schatz! Gut, gezielt Gas! G� if shoaf Stahl! Jetzt nur alle Kompare jetzt! Ich hab ihn erwischt! Gott gemacht! Captain, der Kondro wiegt nach links ab. Wir nehmen eine Abführungsfluss zur Grenze. Verstanden, Nick. Bleib an ihm dran. Passt ihn genau. Aufschalten. Farah, bleib dran. Wir sind bei euch. Hinten ist frei. Nick, siehst du Lesworths Fahrzeug? Ja, Captain, aber das sind jede Menge Al-Qadar als Mischenholz. Überlass das uns. Verlier sie nicht, Nick. Sechs Ende. Apus' besten Soldaten bewachen, Laswell. Wir kommen näher. Wir müssen uns verteilen. Gers, schnapp dir ein Fahrzeug. Wir greifen sie von allen Seiten an. Verstanden. 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 Wow. Tch, so leckerlich. Der, ist das jetzt wirklich den hier ernst oder was? One-Shot-Tot, Digga, what the hell? Die Huren sollen hol die Schmelze. Die Huren sollen holen. Die Huren sollen holen. Okay, Digga. Jetzt rasten ich nicht aus. Kurz vorm Ausrasten. Die Huren sollen holen. Der hat Leben noch. Die Huren sollen holen. 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 Dach, dort... die Huren sollen holen. Die Huren sollen holen. Schalte, no, Sergeant! Erich Todt, Farrakhan! Alle Einheiten, Akku setzt vor uns Bombendrohnen ein. Verstanden, Nick. Wie ist Akku an Bombendrohnen gekommen? Major Hatan. Ich sehe sie. Direkt vor uns. Schaut sie schnell aus, und sind sie geliefert. Yes, der Drohnenpilot ist hinten auf dem Laster. Schalt ihn aus. Drohnenpilot erwischt. Ah! Ach du, feindlicher MTB vor uns. Wir haben nicht genug Feuerkraft für einen MTB. Geh nah ran. Wenn du bereit bist, lenke ich das Feuer auf mich, damit du rüberkommst. Oh! Verstanden. Verdammter Mist. Weiter geht's, lass dich nicht treffen. Sergeant, du musst näher an diesen MTB ran. Ich bin in Position. Okay. Mach dich bereit. Jetzt, Sergeant. Schaffiere eine Ladung und verschwinde von da, Sergeant. Ladung und platziert. Links, spring rüber! Gute Explosion. In der Tat. Captain, wir sehen uns begrenzt. Okay. Nikolai, blockiere sie mit dem Heli. Fieser-Brenken. Kontakt! Aufpassen! Last one on Nikolai sind for uns. Verstanden. Last one is as important as you piece out of the source. Wo America ist. Was ist das? Schwarzer F.U.V. ist beweglich! Schwarzer F.U.V. ist vorbei. Schwarzer F.U.V. ist vorbei. Ein Familientreffen. Sieht so aus. Fahrer, Nette Moos, Laswell. Gleichfalls. Ihr alle. Wir sind in Al-Masa. Hier ist es nicht sicher. Abmarsch! Der Kapitän hat recht! Geile Mission. Fahrer, danke. Das war ich schuldig. Es war ihr andersherum. Dann sind wir quitt. Hoffen wir auf das Glück. Bis demnächst, Kapitän. Es tut mir leid, ich konnte sie nicht... John, ist schon gut. Nein, das war meine Schuld. Ich hätte sie niemals... John, hör auf! Alles gut. Okay. Wir haben größere Probleme. In Spanien gab's keine Raketen, nur die Leitsysteme. Leitsysteme? Wo zur Hölle haben sie die her? Russen. Und wo sind sie jetzt? An den Raketen. Und außer Hassan weiß nur eine Person, wo wir sie finden. La Casa de Sin Nombre? No. Uno de sus Lugartenientes. Ein Kartell, Lieutenant. Ganz genau. Du lernst dazu. Meine Quellen sagen mir, alle VIPs in Las Almas werden da sein. Ein paar auf Einladung und andere... Auf Ansage? Ja. Warum treffen sie sich? Nosotros. Las Almas, es brennt. Und sie wollen den Brandstifter. Sin Nombre wird da sein, ja? Keine Garantie. Aber das ist die beste Chance. Nutzen wir sie. Ich hab genug Shadows hier, um das ganze Land zu besetzen. Ich hätte Einwände. Ich mein' ja nur. Ein Haus ist kaum ein Problem. Wir brauchen Sin Nombre lebend. Dann... Treffen wir uns mit ihm. Wie? Sie kriegen, was sie wollen. Infos. Sie wollen wissen, wer hier ist? Bitte sehr. Persönlich. Correcto. Einer von uns geht rein. Findet den Boss und holt ihn raus. Ich tu es. Da drin bist du so gut wie tot, Hermano. Das gehört zum Job. Der Marschflugkörper muss um jeden Preis aufgehalten werden. Ich biete Daten für ein Treffen mit Sin Nombre. Und wenn er da ist, gehört er uns. Orale. Tienes Huevos, Cabron. Aber alleine gehst du unter. Ich geh mit. Ich überwache euch. Shadow kreist im Heli über dem Ziel. Alles klar. Sie werden Beweise wollen. Zeig ihnen das. Ruft, wenn ihr mich braucht. Okay, dann machen wir uns startklar. Wieder eine geile Mission jetzt. Bedankt für's Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dort, dann haut rein. Euer WorldGamer YouTube. Ciao. So. So.